An einem Tag, der von Erinnerungen und Schmerz geprägt ist, beschließt René, Blumen für das Grab seiner geliebten Amelie zu kaufen. Als er durch die Stadt geht, begegnet er einem Mädchen mit Augen, die eine tiefe Vertrautheit wecken. Ohne zu zögern, kauft er die Blumen für sie, um die Traurigkeit des kleinen Mädchens zu lindern. Stunden später, bei seinem Besuch auf dem Friedhof, ist René wie gelähmt, als er dieselben Blumen, die er dem Mädchen gegeben hat, auf Amelies Grabstein sieht. Was versucht das Schicksal ihm zu sagen? Auf einer Reise, die von Verlust und Hoffnung geprägt ist, wird René entdecken, dass die Liebe Zeit und Raum auf unvorstellbare Weise überwinden kann. René ging abgelenkt durch die Stadt, sein Geist war in schmerzhaften Erinnerungen verloren. Manchmal schien seine Traurigkeit im Streiche zu spielen und ließ ihn hinterfragen, was real war und was nur ein Produkt seiner Fantasie. An diesem Tag war er besonders abwesend, als ob er in einer anderen Welt wäre. Er war auf dem Weg zum Friedhof, wie jedes Jahr am Jahrestag seiner geliebten Amelie. Sein Herz schmerzte noch immer wie am ersten Tag, eine Wunde, die nie heilte. Er beschloss, beim Blumenladen anzuhalten, um ihre Lieblingsblumen zu kaufen, die sie immer sagte, Freude in ihre Tage brachten. Als er dort ankam, fand er ein wunderschönes kleines Mädchen vor den Blumen stehen. Da war etwas in ihren Augen, eine Vertrautheit, die Renés Herz schneller schlagen ließ. Er fragte sich, ob er sich Dinge einbildete, ob seine Sehnsucht ihm Streiche spielte. Er nährte sich dem Mädchen und fragte sanft, magst du diese Blumen? Das Mädchen, mit einem traurigen und aufrichtigen Blick, antwortete, ich mag sie sehr, aber ich habe nicht das Geld, um sie zu kaufen. Ich wollte sie meiner Mutter bringen. René spürte ein enger Gefühl in seiner Brust. War er wieder einmal verwirrt? Trotzdem konnte er nicht anders. Er kaufte die Blumen für das Mädchen, in dem Wunsch, auf irgendeine Weise etwas Gutes zu tun. Wie heißt du, dachte er daran zu fragen, aber bevor er es tun konnte, erschien eine Frau, nahm die Hand des Mädchens und führte sie davon. René zögerte, aus Angst, aufdringlich oder beängstigend zu sein. Er stand dort und beobachtete, wie die beiden weggingen. Er beschloss, seinen Weg fortzusetzen und machte, bevor er zum Friedhof ging, einen Halt, um in einer nahegelegenen Bäckerei einen Kaffee zu trinken. Einige Stunden später, als er am Grab seiner Geliebten ankam, war René wie vom Donner gerührt. Dort, auf dem Grabstein, lagen dieselben Blumen, die er für das Mädchen gekauft hatte. Ein Schauer lief ihm über den Rücken. Es war, als hätte das Schicksal verschworen, ihre Leben miteinander zu verflechten. Tränen begannen über sein Gesicht zu strömen, und in diesem Moment zog sein gesamtes bisheriges Leben wie ein Film an ihm vorbei. Vor vielen Jahren waren René und Amélie ein tief leidenschaftliches Paar. Sie trafen sich auf einem lebhaften örtlichen Jahrmarkt, wo das Schicksal ihre Wege scheinbar magisch vereinte. René war ein robuster und fleißiger Mann, der sich der Erbauung einer soliden Zukunft widmete und bereits eine Familie mit seiner Geliebten im Blick hatte. Amélie hingegen war eine junge Frau von strahlender Schönheit und großzügigem Herzen, bekannt für ihren einladenden Geist und ihre Freundlichkeit. Nach einer Beziehung voller glücklicher Momente und Versprechen entschied sich das Paar, zu heiraten, sicher, dass ihre Verbindung ewig sein würde und dass sie gemeinsam Herausforderungen überwinden würden. René, auf der Suche nach finanzieller Stabilität, um eine wohlhabende Zukunft zu sichern, nahm einen Job an Bord eines großen Handelschefes an. Diese Entscheidung brachte den Schmerz der Trennung mit sich, aber Amélie verstand mit unerschütterlicher Liebe die Wichtigkeit des Opfers und unterstützte ihren Ehemann mutig. Sie verabschiedeten sich mit gelübten ewiger Liebe und tauschten Briefe aus, wann immer die Distanz es erlaubte. Amélies Mutter, Donna Isabel, teilte jedoch nicht den gleichen Optimismus. Er wird dich verlassen, pflegte sie zu sagen. Viele Männer tun das. Diese Jobgeschichte ist eine Ausrede. Amélie, entschlossen, René zu vertrauen, ignorierte die Warnungen ihrer Mutter und glaubte fest an die Liebe, die sie teilten. In den ersten Wochen der Reise schrieb René regelmäßig, erzählte von seinen Abenteuern auf See und sandte seine Liebe an Amélie. In einem dieser Briefe verkündete Amélie freudig, dass sie schwanger sei, und wartete sehnsüchtig auf Renés Antwort. Doch nach diesem Brief hörte der Briefwechsel abrupt auf. Ohne den Grund zu kennen, begann Amélie, sich Sorgen zu machen. Hat er mich wirklich verlassen, fragte sie sich. Doch trotz der Zweifel und der Worte ihrer Mutter behielt Amélie einen festen Glauben an René. Es könnte nur ein unvorhergesehenes Ereignis sein, dachte sie und erinnerte sich an den Charakter und die Hingabe ihres Mannes. An Land stellte sich die junge Frau ihren eigenen Herausforderungen. Schwanger und voller Angst wartete sie sehnsüchtig auf Nachrichten von ihrem Ehemann. Jeder Tag ohne einen Brief steigerte ihre Qual, aber sie hörte nie auf, auf ihn zu warten. Amélie brachte ein Mädchen zur Welt, das sie Hube nannte, was ihr unerschütterliches Verlangen nach Renés Rückkehr symbolisierte. Monate waren vergangen, und entgegen aller Erwartungen kehrte René in die Stadt zurück, voller Vorfreude, nach Hause zu kommen. Keine Sekunde dachte er daran, seine Frau aufzugeben. Während all der Monate, in denen er weg war, schrieb er ihr regelmäßig. Aber Renés Briefe hatten sich in einem Zwischenhafen angesammelt, wo eine Verzögerung im Postdienst die Lieferung unterbrochen hatte. Die Briefe waren sicher, aber zurückgehalten, was verhinderte, dass sie Amélie erreichten. Ebenso erreichten Amélie's Briefe René nie. Der letzte Brief, den er erhalten hatte, handelte von der Schwangerschaft. Er war begierig darauf, zu seiner Geliebten zurückzukehren und sein Baby zu treffen. Aber er hatte die Tragödie, die ihn erwartete, nicht erwartet. Als er in sein Haus kam, fand er es leer vor, als ob dort lange Zeit niemand mehr gelebt hätte. Die Nachbarn hörten den Lärm und kamen schnell, um nachzusehen, während René schrie und nach Amélie und seinem Baby suchte. Seine ältere Nachbarin, Lucia, näherte sich ihm mit einem traurigen Blick. René, du bist zurück. Ich kann es nicht glauben, mein Lieber. Du weißt nicht, was passiert ist, begann sie, mit Tränen in den Augen. Setz dich bitte, sagte sie, aus Angst vor der Reaktion des jungen Mannes. Amélie hat bis zum letzten Moment auf dich gewartet, aber leider wurde sie krank und zögerte sie zu sprechen. Sie ist weg, René. Der Mann wurde blass, es fühlte sich wie ein Albtraum an, diese Worte zu hören. Er schrie, was meinst du, Frau Lucia? Und mein Kind. Er weinte und bereute, dass er gegangen war. Sie antwortete, Frau Isabel, deine Schwiegermutter, hat das Mädchen weit weggebracht. Niemand weiß, wohin, sagte sie mit Tränen in den Augen, betrübt von dem, was sie in dem jungen Mann sah. René, es ist ein kleines Mädchen. Ihr Name ist Esperanka. Amélie hat bis zum Schluss geglaubt, dass du sie niemals verlassen würdest. Sie wusste, dass etwas passiert war. Amélie war unerwartet erkrankt, und René wusste nichts davon. Die Kraft und Freude, die sie immer begleitet hatten, wurden langsam durch Gebrechlichkeit ersetzt. Trotzdem hielt Amélie an der Hoffnung fest und glaubte, dass René rechtzeitig zurückkehren und seine Tochter kennenlernen würde, damit die Familie vereint bleiben könnte. Leider konnte ihr Körper nicht standhalten, und sie verstarb, was in allen, die sie kannten, eine unerträgliche Leere hinterließ. Renés Welt schien zusammengebrochen zu sein. Er fühlte sich, als hätte ihm der Boden unter den Füßen weggezogen, und er trieb in einem Meer der Verzweiflung. Doch mitten im Schmerz weigerte sich etwas in ihm, aufzugeben. Der Name seiner Tochter, Esperanka, hallte wie ein Leuchtturm in der Dunkelheit in seinem Geist wieder. Entschlossen, sie zu finden, verkaufte er das Wenige, was ihm noch geblieben war, und machte sich auf eine unermüdliche Suche. In jeder Stadt, die er durchquerte, in jedem Dorf, das er besuchte, fragte er nach Neuigkeiten von Frau Isabel und Esperanka. Er reiste auf Schotterstraßen, trotzte Stürmen und ertrug Erschöpfung, alles in der Hoffnung, eines Tages seine Tochter in die Arme schließen zu können. Fünf Jahre waren vergangen. René war gealtert, sein Gesicht von der Zeit und Traurigkeit gezeichnet. Auf seiner Suche hörte er Gerüchte, verfolgte Spuren, die oft in Sackgassen endeten. Die damalige Technologie war nicht zu seinen Gunsten, und Nachrichten verbreiteten sich langsam oder gingen ganz verloren. Mit jeder Enttäuschung klammerte sich René an die Erinnerungen an die Liebe zu Amélie und an den unerschütterlichen Wunsch, seine Tochter zu finden. Er wusste, dass Amélie bis zuletzt an ihn geglaubt hatte, und das trieb ihn weiter an, selbst wenn alles verloren schien. Er wusste, dass die Suche nach Esperanka seine Mission sein würde, solange er atmete, und die Liebe zu seiner Frau und Tochter die Kraft sein würde, die ihn führte. Eines Tages, wenn das Schicksal sich endlich zu seinen Gunsten wenden würde, glaubte er, würde er Esperanka finden. Und in diesem Moment würde sich all sein Leid gelohnt haben. Könnte dieser Moment jetzt sein? Nach dem Durchwandern von Erinnerungen und Gedanken rannte René mit der Dringlichkeit eines Menschen durch die Stadt, der das Leben durch seine Finger rinnen sieht. Sein Herz schlug ungleichmäßig, er rannte, als gäbe es kein Morgen, geleitet von dem Bild eines Mädchens mit vertrauten Augen und der Gewissheit, dass er sie finden musste. Als René die Frau und das Mädchen davon gehen sah, bemerkte er, dass eine ältere Dame bei ihnen war. Sein Herz blieb fast stehen, als er Donna Isabel, seine frühere Schwiegermutter, erkannte. Auch sie sah ihn und war wie erstarrt, ihre Augen weit aufgerissen vor Schock. René atmete tief durch und versuchte, die Emotionen zu kontrollieren, die ihn fast überwältigten. Donna Isabel, sagte er, seine Stimme zitternd, ich bin es, René. Mrs. Isabel sah ihn ungläubig an. René. Du bist zurückgekommen. Ihre Stimme war voller Erstaunen. Er wandte sich an das kleine Mädchen, das die Szene nun mit der Neugier eines Kindes beobachtete. Mit rasendem Herzen und voller Erwartung in der Stimme fragte er, ist sie Esperanka, meine Tochter? Die Frau neben Mrs. Isabel, namens Anna, war eine entfernte Cousine der Familie. Sie waren zum Friedhof gegangen, um Amelie die letzte Ehre zu erweisen. Anna schaute das kleine Mädchen an und dann René, mit einem sanften und verständnisvollen Blick. Ja, sie ist Esperanka, antwortete sie mit einem weichen Lächeln. Die Welt schien in diesem Moment stillzustehen. René fühlte einen Wirbelwind von Emotionen, eine Mischung aus Ungläubigkeit und überwältigender Freude. Seine Augen füllten sich mit Tränen und er konnte kaum stehen. Alles um ihn herum schien zu verblassen, außer dem Gesicht des kleinen Mädchens und dem Klang ihres Namens, der wie eine lang erwartete Melodie wiederhallte. Esperanka. Murmelte er, seine Stimme vor Emotionen belegt. Er kniete nieder, um auf Augenhöhe mit dem Mädchen zu sein. Ich bin René, dein Vater, sagte er und versuchte, seine Tränen zurückzuhalten. Darf ich dir eine Geschichte erzählen? Das kleine Mädchen schaute ihn mit einer unerklärlichen Neugier und Vertrautheit an. Anna und Isabelle waren sichtbar bewegt, verstanden die Bedeutung des Moments und erlaubten René, fortzufahren. Dort, in diesem Moment wusste René, dass er gefunden hatte, wonach er so lange gesucht hatte. Die Liebe, die in seinem Herzen niemals verblasst war, erst reihte nun mit erneuerter Intensität. Endlich fühlte er, dass das Schicksal sie zusammengeführt hatte und erfüllte das Versprechen, das Amelie gemacht hatte, dass er sie niemals verlassen würde. Emotionen überwältigten René. Er umarmte seine Tochter mit all der Liebe, die er all die Jahre in sich getragen hatte. Er versprach sich selbst und Esperanka, dass er sie nie wieder verlassen würde. Die folgenden Tage waren von Anpassung und Entdeckung geprägt. René widmete sich ganz der Aufgabe, ein präsenter und liebevoller Vater zu sein, holte die verlorene Zeit auf und baute eine tiefe Bindung zu Esperanka auf. Die Nachricht verbreitete sich in der ganzen Stadt, und alle waren berührt zu hören, dass René endlich wieder mit seiner Tochter vereint war. Donna Isabel, als sie die Wahrheit über das, was wirklich passiert war, verstand, bat René um Vergebung. Sie drückte ihr Bedauern darüber aus, die Stadt verlassen zu haben und ihm nicht geglaubt zu haben. Anna wurde ebenfalls ein wesentlicher Teil des neuen Lebens von René und Esperanka und half dabei, die zerbrochene Familie wieder aufzubauen. René besuchte weiterhin Amelies Grab, brachte immer Blumen mit, aber nun mit einem leichteren Herzen, im Wissen, dass Amelie lächelte und stolz war, ihre Familie wieder vereint zu sehen. Die Tragödie, die sie getrennt hatte, wurde von Renés Liebe und Beharrlichkeit überwunden. Endlich hatte er das Versprechen, das er Amelie gegeben hatte, erfüllt, für ihre Tochter zu sorgen und sie innig zu lieben, so wie Amelie immer gewusst hatte, dass er es tun würde. Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat, bitte geben Sie einen Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal. Ich ermutige Sie auch, einen Kommentar mit einer Bewertung von 1 bis 5 zu hinterlassen, um zu zeigen, wie sehr Ihnen die Geschichte gefallen hat. Vergessen Sie nicht, auch das Video anzusehen, das jetzt auf Ihren Bildschirmen angezeigt wird. Auf Wiedersehen!